Wir kommen zurück. Moment, mir ist gerade aufgefallen, wo ich die Kisten geworstelt habe, dass wir hier auch noch auf den Kisten drin haben. So vollen Paketen Gedöns. Und Schrofflinten und Essen und Geschütztürme. Schrofflintengeschütztürme. Ne, hier sind automatische Geschütztürme. Schrofflinten, Schrofflinten. Was haben wir da? Machen wir auf hier. Zwei Türme und ein bisschen Munition und Papier. Die Munition habe ich auch schon mal ein bisschen angeregt, da hinten. Zwischendurch. Trotzdem holen wir erstmal die zwei Türme da raus. Die drei Türme dort. Die passen ja hier rein. Oh. Hier müssen wir das einfallen lassen, dass die hier nicht mehr so reinlaufen. Machen wir noch ein Tor reinmachen? Ne, 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 ne. Wie sieht denn das aus? Noch ein Tor da drinnen? Hm, 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 hm. Ja, vorne hin, ne. Hm, hm. Schwie ist nicht, schwie ist nicht. Braucht es ja noch eine Kamera. Na ja. Na ja, wir werden erstmal sehen. Machen wir erstmal die Dinger ganz. Wie sieht es denn mit euch aus? Na ja. Die muss ich aufheben zum reparieren. Na ja. Na ja. Komm schon. Mitnehmen. Sehr gut. Was ist mit dich? Komm ich nicht hin oder was doch? Na? Na ja, das war. Na ja, komm ich nicht hin. Da komm ich hin. Da komm ich an den da dran. Oh. So. Gut. Dann haben wir das für die Klauskuppel. Haben wir jetzt fünf Türme. Die werden ja wohl reichen. Hoch sollst du hier nicht hoch sollst du in Leben. Äh, nicht kleben. Aber das ist alles gar nicht fertig. Ja. Irgendwie. So, den drehen wir mal wieder in diese Richtung. Na ja, eigentlich. Ich weiß nicht. Ja, eigentlich ja schon. So, den wir gerade. So, halbwegs in die Mitte von den beiden. Dann hier. Ich weiß nicht. Das reicht sowieso nicht. Ist ja nur so, mal zum Gucken, was passiert. So, den erkunden wir ja eigentlich. Hm. Wie viele drüben haben wir noch? Noch zwei. Dann machen wir hier noch einen hin. Mal sehen, ob das was wird. Hm. Und da noch einen hin. So, ne. Dann müssen wir auch schon alle verbinden miteinander. Hm. So. Muss hier jetzt aber eine Tür rein. Dann. Wo ist eine Stahltür, ne? So. Dann haben wir mal meine Klausplatten, die ich bauen kann. Was läuft noch? Dann gehen wir auch schnell die Dinger setzen. Und hier muss ich gucken, was ich mache. Hier muss ich unbedingt gucken, weil wir trennen wir hier die Tür ein. Wie rennen wir hier sonst die Tür ein? Hm. Hm. Tja. Eigentlich müsste ich von jeder Seite in Öffnung lassen, ne? Weil die da überall durchkullern können. Und ich sage, machen wir hier eine Öffnung, wo sie durch können. Hm. Na, eigentlich hier so, ne? Hm. Da braucht man keine Ausdauer bei dem Gerät, ja. Aber schneller geht es jetzt auch nicht. Wo haben wir das nämlich zur Uhr? Hm. Da war der falsch. Pulli hier. Schnürschuh. Ach so, darum kommen die Stregen rein. Ja. Den hockst du dann wieder weg. Gefälligst. Hä? Hm. Den hat er aber falsch gesetzt. Keiner nicht mehr so viel riecht. Klatsch. Ich weiß gar nicht, wie das Versicherung erzählen soll. Oh. Oh. Klar, schau ich nie, du Mama. Das muss nicht ganz mittig sein. Das ist hier, ne? Das ist... Das muss nicht. Perfektionisten gibt es genug. Das muss nicht immer alles akkurat sein. Schiefes modern. Oh. Da müssen wir jetzt eine Runde unternehmen, ne? Die Runde, ja. Hier. Oh. Da können sie reinrennen. Und so werden sie es denn machen. Oh. Oh. Hier muss wir dann da runter rein, ne? Ah. Oh. So, dann müsste da noch eine Öffnung hin, da auch noch eine Öffnung hin, wenn wir hier einmal rundherum kommen. Jetzt haben wir keine mehr, es ist fertig. Gut, dann wieder runter, gucken wir mal welche fertig sind. Sechs Stück, naja, gut, dann lasst das erstmal noch laufen. Gut, da kümmern wir uns jetzt erstmal um das Anschließen der Türme. Und Licht brauchen wir auch mal wieder hier ein bisschen. Haben wir schon mal die Knipstange. Wo haben wir die Knipstange? Hier ist die Knipstange. So, wir sind von da nach da. Das ist aber aus, okay. Wir sind ausgeschalten, oder was? Lass mich mal hier gucken, ne? Ähm. Du bist aus, ne? Ne, du bist ein. Aber du bist aber leer. Okay, alles klar. So. Nachdanken. Einschalten. Okay. Du musst auch schon mal die Batterien vollbumpen. Hier, weil wir keine Solarzellen finden. Ja, irgendwie. Auch mir hätten wir Kinder hier Solarzellen. Na, jetzt leuchtet hier aber alles wenigstens. Also hier ist jetzt sogar... Nehmen wir weg das Ding. Na, die müssten ja eigentlich jetzt unten sein. Na, wirklich hell bist du da aber nicht unbedingt, ne? Auf der Seite. Ja, alles. Hm. Naja, wirklich hell ist es nicht, ne? Na, was wir sehen denn hier drinnen, weiß. Da muss ich hier oben ein paar Scheinwerber hinbauen. Nach links und rechts. Auf jeden Fall brauchen wir hier einen extra Generator. Entschuldigung. Den wir dann nur brauchen, wenn wir hier einen Blutmond haben, ne? Da haben wir doch, glaube ich, noch einen. Oder haben wir keinen Generator mehr? Oh. Oh, die haben wir ein bisschen weh. 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 Patriebank. Ne, Patrien haben wir auch nicht genug, ne? Was will ich denn jetzt hier? Genau. Da müssen wir bauen. Zack. Eh, nee. So. Komm, Bau gleich drei. Na, nee. Na, hier nicht. Ich mach das mal hier hinten. Da war noch Munition drin. Okay. Gut zu wissen, ne? Wir laufen noch 13 durch. Hier hätten wir noch ein bisschen das. So. Machen wir das Ganze runter hier weg. Gut. Wenn die Generatoren fertig sind, brauchen wir aber doch wieder Motoren. Und Motoren haben wir ja auch wieder keine, ne? Ja. Hier könnten wir aber klein nochmal Munition hinterher schmeißen. Also, tausend hier von, tausend davon. Dann gucken wir mal. Hm, hm, hm. Hm, noch nie. Brauchkiste 9mm. Äh, ja. Nochmal 12. Na, da schreit doch schon mit einer Dase rum. Na, Geschossspitzen fehlen, ne? Schrotmumpeln. Hm. Naja, wir probieren das erstmal zur Ruhe, ne? Weil das wird ja ganz schön laut werden hier drinnen, würde ich mal so behaupten wollen. Ich hoffe nur, dass die von oben reinfallen. Nicht, dass sie mir hier alle an der Tür stehen. Das ist dann nicht so toll. Das wäre doch nicht so prickelnd. Hm. Diese Schütztürme, die heute nur geringfügig, ne? Dann könnte ich hier noch einen reinstellen, vielleicht hier nochmal so eine Lüge reinbauen. Aber dann schießen die auch mit auf das Tor drauf. Oder dann schießen die das Tor auch noch mit kaputt. Hm. Das wäre nicht so. Na gut. Jo, ähm, war aber im Geschehen. Das macht, das macht, wie sieht's aus mit den Generatoren. Ach, nur noch mal einen. So, den planschen wir uns irgendwo jetzt da oben hin. Damit wir das mal hier... Hm, 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 hm. Aber die kann man ja verstecken hier drinnen, oder? Hm, hm. Dann bauen wir den mal... Da hin. Na, ich nehme so die Knipstange. Ist mit dem auf... Ihn. Genau. Ihr werdet von dem Generator gefüttert. So, das heißt jetzt aber... Ja, wie mach ich das jetzt? Durch die Scheibe durch geht's ja eigentlich. Wö? Woi? 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 Was? Was geht? Nömal? Woi? Ähm. Okay. Ja, bis dahinter komme ich aber nicht, ne? Ja, das war klar. da drinne komme ich da rein also okay da muss jetzt einmal rum reißt sowieso gleich da dachte ich mir was ist denn was ist denn gucken ein paar scheinwerfer hier reinhängen aber so dass die mir sie nicht drauf fallen mit den scheinwerfer klöppeln problem ist eben nur wenn ihr euch mit demolischer reinkommt oder ein polizist der explodiert natürlich die geschütztürmer auch fort oder kann es passieren dass die weg werden im moment müssen muss ich aber raus da muss ich raus hier und zerklöppeln die mir die ganze bude so haben wir jetzt alle angeschließt wir haben alle angeschließt er ist an der da 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 der 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 ok wie gesagt so ein versuch ansonsten wird die klaus koppel oben zugemacht man kommt hier oben rein jetzt nur mal zum nach und veranschaulichen machen wir mal was sieht wenn die zombies da weggeklüppelt werden 16 stück so eine tür was braucht denn so eine tür so eine ressorttür die russisch kotBC für die steuerfläche macht das mal so mehr so ähm tor tür tür rüben 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 aber mh nörder also 3 Tresor, Tresor, ne, ich suche doch nur eine Tür. Tür? Ich kann mir doch keine Ü eingeben. Ach, shitty. Mach mal Tür ein. Nein, 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 nein. Kinder Eisentür hier, eine Stalltür. Kann man die Stalltür elektronisch doppelt? Nö, nur einfach. Kann man sogar bauen. Dann bauen wir gleich zwei. Bei jedem immer doppelt, ne? Wieso leuchtet das da hinten nicht? Was ist denn da los? Aha. So, wir müssen hier ein bisschen Licht haben, nachdem sie mir alles weggerupft haben hier. Oh, nee, das war ja ich. Das war ja ich gewesen. So, dann bauen wir schnell um die Scheiben rein. Das Tor war ja das letzte Mal schon fast zerlegt, ne? Das Tor hat es das letzte Mal schon fast zerlegt beim Blutmond. Weil aus irgendwelchen Gründen auch immer, laufen sie hier nicht. Ich meine, hier war ja alles offen. Die hätten alles, die hätten auch hier reinspringen können. Ich weiß nicht, warum sie es nicht getan haben. Oh, dann mach mal. Wie ist denn da? Ja, das passt sogar schon. Ideal. Idealerweise. Ne, das ist der da hinten. Ja. Wo hätte es das der? Da hinten haben wir schon fertig. So, gut. Dann müsste jetzt... Machen wir die Scheiben kopieren. Nein, nein. Jetzt hast du da einen eingefleppt. Boni. Lüropool kann ja so bleiben. Ich würde mich jetzt nicht mehr stören, wenn er so bleibt, ne? Ich würde mich das jetzt nicht mehr jucken. Dann könnte man hier oben sogar nochmal langlaufen, wenn wir es hier oben machen. So, äh, kopieren. Und einfügen. Einfügen, sag ich schon. Und alle. Das würde ich sogar so lassen wollen. Uuuuuh, da fällt er schon mal runter. Na ja, wo? Na gut, wenn das einmal rundherum, dann ist das gar nicht mehr so schlecht da. Also, wenn das einmal so rundherum gezogen ist. Ja, das da ist eben noch ein bisschen... Na, müsste eigentlich äußerst betrunken sein. Einmal rundherum nochmal alles wegkacken. Aber nichts mehr heute. Na? Dann machen wir alles in der nächsten Folge. So ein bisschen, so mindestens davon, damit wir mal was anderes machen. Klicke ich hier nochmal an. Wie viel kannst du jetzt bauen? 21 Stück, okay. Vielleicht baue ich das offline dann schon mal alles soweit vor. Mit dem paar, die wir hier haben. Vielleicht wundert es mich nur, wenn es draußen hell wird, dass es hier drinnen auch hell wird. Das verstehe ich dann immer nicht. Wenn draußen Nacht wird, dann... Ich bräuchte jetzt tagsüber gar kein Licht hier. Also, entweder scheint die Sonne hier durch. Durch den Boden durch. Hier, die Türen. Die Türen setzen wir aber noch schnell, ne? Das machen wir noch. Wir brauchen... Was ist denn die andere? Hast du noch gar nicht fertig? Okay. Na gut, dann machen wir... Doch, schmutz die hier rein. Dann musst du schon drehen. Hätte ich gerne auch noch Strom. Genau, machen wir so. Nö. Machen wir so und lassen sie mal hier rein. Siehste? Geht doch. Gut. Dann ist hier schon mal fertig eigentlich, ne? So mal rundherum haben wir ja alles durch, hier, ne? Juh. Und was hast du jetzt gemacht? Hast du jetzt wirklich halbgeworden? Solltest eigentlich nur mal die Taschenlampe alles machen. So, hier ist hell genug. Die klemm ich vielleicht nochmal... Weil jede zweite würde reichen hier, ne? Eigentlich. Spar mal Strom. Na, der kann ja nicht voll werden hier, ne? Der kann ja nie voll werden. Ich muss ja einschalten, sonst lädst du hier gar nicht. So, 172 verballern wir. Und der Rest geht in die Batterie rein, ne? So schaut's aus. Na, dauert ein bisschen. So, hier haben wir zugemacht. Erst zu. Gut. Gut, dann... ...lange ich euch wieder mal fürs zugucken. Auch wenn nicht viel passiert ist. Tschüss.